Hey, in diesem Video zeige ich dir, wie du in Fortnite dir Replays anschauen kannst, beziehungsweise dir Wiederholungen anschauen kannst, wie wir hier gerade sehen. Und zwar musst du zuerst die Replays anmachen. Wie das geht, zeige ich dir jetzt. Wir gehen auf unser Profil und danach in die Einstellungen und danach hier auf dieses Zahnrad, wo dein Spiel drauf steht und scrollen runter, bis wir hier Wiederholungen sehen. Und da sehen wir, dass ich hier Wiederholungen aufzeichnen anhabe. Das musst du dann auch auf anhaben. Also bei dir ist es aus, drückst dann hier drauf und dann auf anwenden. Und dann gibt es hier nur verschiedene Optionen, die kannst du dir mal in Ruhe durchlesen, also irgendwie für größere Teams, dass du das auch anmachen kannst, für den Kreativmodus, dass du es anmachen kannst. Und dass die Wiederholungen in hoher Qualität aufgezeichnet werden, kannst du auch anmachen. Passt das dann so an, wie du es brauchst. Auf jeden Fall, um dann auf diese Wiederholungen zugreifen zu können, gehen wir hier auf zurück, drücken auf Karriere und dann sehen wir unten diesen Tab Wiederholungen. Da drücken wir jetzt drauf. Bei mir sehen wir hier ganz viele Veraltete. Ich möchte diese Wiederholungen nicht entfernen. Ich drücke auf Ablehen und dann sehen wir hier verschiedene ungespeicherte Wiederholungen. Ich kann jetzt zum Beispiel auf diese hier draufklicken und zum Beispiel umbenennen. Also ich drücke hier drauf, kann hier irgendeinen Namen eingeben, bestätigen und dann sehen wir, dass es umgeändert wurde. So kannst du es dann leicht wiederfinden. Ansonsten, wir drücken hier einmal drauf und drücken auf Spielen. Und dann bestätigen wir das hier und dann sehen wir hier in dieser Wiederholung. Ich kann jetzt zum Beispiel mal pausieren, kann man sich umgucken. Hier gibt es verschiedene Optionen, schau dir das in Ruhe an. Kann man auf jeden Fall eine Menge rumspielen und irgendwelche coolen Effekte machen, coole Kamerashots und so. Und ja, wenn dir das Video geholfen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du den Code DZN benutzt und ein Like da lässt. Tschüss.